so guten morgen zusammen ich hoffe sie können mich alle verstehen wir haben jetzt eine minute vor halb wenn sie mich hören können bitte kurz um handzeichen dass wir gleich um 30 beginnen können wir warten noch eine minute auf die anderen teilnehmer ja Gut. Sehr gut. So, guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zurück zu unserer Live-Webinar-Reihe. In unserem heutigen Webinar Workflow-basiertes Arbeiten wollen wir uns heute intensiv mit dem Thema vollautomatisierte Weitergabe von Dokumenten beschäftigen. Falls Sie beim letzten Webinar nicht dabei sein konnten, können Sie auf unserem YouTube-Channel nachträglich selbstverständlich alles nochmals anschauen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie hierzu gerne in den Chat. Wir versuchen, sie live auch zu beantworten und wenn, dann auch gerne im Nachgang. Kurz zu meiner Person. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Jakob Euchle. Ich bin Business-Consultant bei der Firma Kunze & Ritter und Ihr Ansprechpartner für das Thema DMS-Lösungen. Ich bin hier zusammen mit dem Kollegen Marc Stich, der im technischen Support zuständig ist bei uns und der mich hier unterstützt bezüglich den Fragen. Heute automatische Indexierung wollen wir uns anschauen. Am Beispiel DocuWare bedeutet, dass DocuWare schon beim Scannen des Dokuments das Dokument erkennt, Information aus dem Dokument entnimmt. Des Weiteren wollen wir uns die verschiedenen Prozesse nach der Best-Practice-Methode anschauen, was es mit der sachlichen, fachlichen und finalen Prüfung auf sich hat. Und wir wollen das Ganze anhand eines Beispiels machen. Unser Beispiel heute ist die Peggy Jenkins. Und wir gehen jetzt auch gleich rein in die Live-Demo von der Peggy Jenkins. Sehr gut. Wir befinden uns auf dem Desktop der Peggy Jenkins. Die Peggy Jenkins ist in der Buchhaltung tätig und arbeitet mit dem Programm von DocuWare. Wie wir hier schon sehen können, ich habe hier schon im Briefkorb nochmals Dokumente abgelegt. Für all diejenigen, wo die Oberfläche noch nicht ganz bekannt ist, schauen Sie da gerne auch nochmals nachträglich in unsere vergangenen Webinare rein. Hier zeigen wir auch nochmals, wie wir Dokumente grundsätzlich ins DocuWare reinbekommen. Genauso erklären wir hier auch noch mal, welche Schaltflächen für was zuständig sind. Wenn nicht, können Sie da auch gerne noch mal an uns wenden. Schauen wir uns aber jetzt das Workflow-basiertes Arbeiten an von der Peggy Jenkins. Wir haben hier verschiedene Dokumente gescannt und DocuWare hat hier aus den Dokumenten schon verschiedene Informationen entnommen. Wenn ich mit dem Cursor auch hier drüber gehe, erkennen wir, dass er verschiedene Indizien, sprich er weiß, es handelt sich um die Hotel Maya und er zeigt auch nochmals rechts das Dokument an. Wir wollen jetzt mal sagen, wir legen diese Dokumente ab. Wie Sie auch hier nochmals erkennen, wir haben hier verschiedene Farben. Bedeutet, die grün markierten kennt er schon teilweise aus der Vergangenheit. Hier nennen wir das System Intelligent Indexing. Hier arbeitet DocuWare mit einem Ampelsystem. Bedeutet, bei Rot kennt er bestimmte Indexierungsdaten noch nicht. Wir legen aber erstmal unsere Rechnungen ab in die Eingangsrechnungsworkflow. Bedeutet, wir sehen jetzt schnell, wir haben hier verschiedene Indexierungsfelder, die wir befüllen können und DocuWare hat schon das Dokument so weit ausgelesen, dass er diese Daten entnimmt. Wenn wir hier mit dem Cursor auch nochmals draufgehen, 52 444, dann entnimmt er hier bei dem gelb markierten diese Daten als Indexierung. Ebenfalls können wir hier auch nochmals feststellen, dass er hier die verschiedenen Steuersätze mit indexiert, der Nettobetrag etc. Hier kann die Buchhaltung also nochmals überprüfen, ob alle Daten übereinstimmen als Kontrolle und daraufhin dann ablegen. Wir sehen auch nochmals hier oben, ich hatte jetzt alle Dokumente soweit markiert. Es handelt sich insgesamt um vier Rechnungen und mit der Hotel Maya wollen wir das erste Dokument ablegen. Gut. Dauert heute etwas länger. So, dann sind wir bei der zweiten Rechnung. Wir erkennen hier schnell, die Felder sind rot markiert. Rote Markierung, er ist oder DocuWare ist sich hier nicht sicher, ob die Daten so auch richtig entnommen worden sind. Wir können hier nochmal bei den Firmennamen feststellen, okay, das ist die richtige, das ist das richtige Datum, das richtige, der richtige Name der Firma. Gleichzeitig hat er hier aber auch nochmal bei dem Pflichtfeld mit dem Sternchen hier die Daten nicht entnommen. Wir gehen kurz auf das Dokument 5.11.20 und geben hier das aktuelle Datum ein. Genauso haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, aha, wir können Fälligkeitsdatum jetzt mal heute als Beispiels eingeben. Währung, es handelt sich um einen Eurobetrag, der Steuersatz ist 19 Prozent, der Nettobetrag 402 und er geht mir automatisch die unterschiedlichen Indexierungsfelder nach unten durch. Steuerbetrag ist 76,55 und wir können hier auch schnell erkennen, der Bruttobetrag stimmt hier nicht überein. Er nimmt die 9,50 Euro für diese Auftragserfassung. Er hätte aber eigentlich hier die 479,45 nehmen müssen. Wir gehen weiter an die Stahlwerke München, können hier eben auch nochmals die Daten überprüfen. Heute bei unserem Beispiel wollen wir das etwas schneller durchziehen. Selbstverständlich haben Sie hier die Möglichkeiten, die verschiedenen Rechnungen auch nochmals zu prüfen. Wir haben jetzt alle vier Dokumente abgelegt und wir stellen fest, dass bei der Peggy Jenkins jetzt soweit der Briefkorb leer ist. Ebenfalls sind jetzt die Dokumente gesetzeskonform in DocuWare abgelegt. Was wir aber auch schnell feststellen, ist, dass sich in Punkto Aufgaben verschiedene Aufgaben eröffnet haben. Sprich, hier beginnt jetzt auch der Workflow, der im Hintergrund läuft, von DocuWare. Wir sehen hier drei verschiedene Prüfungsszenarien. Einmal die sachliche Prüfung, zweitens die fachliche Prüfung und die finale Prüfung. Die sachliche Prüfung geht nach § 14 Absatz 4 nach dem Umsatzsteuergesetz vor. Das bedeutet, alle nötigen Informationen muss die Rechnung beinhalten, wie beispielsweise der Mehrwertsteuersatz, der Brutto-Nettobetrag und das Datum. Ich denke, hier bin ich d'accord auch mit der Buchführung an sich. Schauen wir uns also an, was er jetzt hier bemängelt. Wir haben hier in der sachlichen Prüfung einmal die Roadrunner und die Telefonica-Rechnung. Bei der Roadrunner stellt er fest, dass im System selber er den Lieferanten nicht erkennt. Wir erkennen das hier an Lieferanten prüfen und können hier im Dropdown-Menü auch noch mal sehen, aha, er erkennt den Lieferanten nicht. Wir müssten ihn hier neu anlegen, beispielsweise durch Docuware durch ein weiteres Tool. Es würde sich dann ein weiterer Tab öffnen, wo wir hier den Lieferanten anlegen können. Ebenfalls, wie es bei Ihnen auch vielleicht laufen kann, die Schnittstelle zum Ihrem ERP-System und dass er daraus eben die Lieferantendaten entnimmt. Gehen wir zum zweiten Beispiel. Beim zweiten Beispiel handelt es sich hier um die Telefonica Helvetica. Wir sehen hier den Rechnungsbetrag 233. Aber was will Docuware hier prüfen? Wir stellen schnell fest, er sagt, es handelt sich möglicherweise um eine Dublette. Wir können jetzt schnell feststellen, indem wir auf verknüpfte Dokumente gehen, uns nochmals den Rechnungsbetrag jetzt bei der Testversion anschauen oder auch die Rechnungsnummer überprüfen und gehen dann auf Dublette. Wir gehen auf das Dokument und stellen fest, aha, hier ist diese Rechnung schon einmal eingegangen. Also Achtung, hier kann es passieren, dass es zur doppelten Bezahlung kommt. Deshalb orientiert sich hier Docuware an verschiedenen Daten, sprich Datum, Inhalt der Rechnung, an dem Rechnungsbetrag etc. Wir stellen also fest, am 23.04. wurde diese Rechnung auch schon bezahlt. Wir können also sagen, bei der sachlichen Prüfung mögliche Dublette können wir Rechnung ablehnen. Grund, es handelt sich um eine Dublette. Stellen wir uns also vor, wie es bei Ihnen laufen kann. Sie bekommen eine Dublette oder eine Rechnung auch rein und stellen Sie sich hier wirklich ganz bewusst die Frage, gibt es überhaupt eine Dublettenprüfung oder haben Sie Geld zu verschenken? Gehen wir zum zweiten Schritt, einmal zur fachlichen Prüfung. Die fachliche Prüfung bedeutet, das Dokument hat alle inhaltlichen Indexierungsdaten richtig, also hat die sachliche Prüfung vollständig durchlaufen. Hier sind alle wichtigen Daten oder Informationen vorhanden, wie Mehrwertsteuersatz, Brutto- oder Netto-Betrag. Hier sagt er mir, bitte hier um Zuweisung oder Bestätigung, dass es sich hier um eine Art Freigabe handelt. Wir schauen uns also hier nochmals die Rechnung von Hotel Maya an und stellen fest, aha, hier war zu Gast der Peter King. Wir sagen also hier Besteller war hier der Peter King und können dann sagen, haben hier auch nochmals die Möglichkeit, verschiedene Split-Buchungen vorzunehmen, falls hier eine Art Kontierung vorgenommen wird, wie fürs Frühstück, ein anderes Konto wie für die Hotelübernachtung. Wir sagen jetzt bei unserem Beispiel, wir bestätigen die ganze Geschichte und es landet wieder in unserem Workflow. Wir haben jetzt sozusagen den Peter King aufgefordert, eine Freigabe zu machen. Ich hatte jetzt in unserem Beispiel schon die Sachen soweit vorbereitet, wie in einer guten Kochshow, wie ich schon öfters gesagt hatte. Wir befinden uns also jetzt am Beispiel bei dem Nutzer Peter King im Docuware und erkennen schnell, hier ploppt ein rotes Symbol auf. Es handelt sich um die Hotel Maya GmbH. Die Peggy Jenkins will also hier diese Rechnung zuweisen und die Bestätigung haben, ja, sie waren doch hier in dem Hotel XY und der Peter King kann hier auch nochmals sagen, ja, das stimmt soweit. Switchen wir also jetzt nochmals von Peter King zurück zur Peggy Jenkins, die momentan in der Buchhaltung sitzt und natürlich jetzt in der finalen Prüfung auch nochmals sieht Hotel Maya die Freigabestempel von Peter King ist hier auf dem Formular. Sie kann also jetzt diese Rechnung final freigeben. Wenn wir uns zurückerinnern, wir haben uns vier Rechnungen insgesamt angeschaut. Wir haben also hier auch nochmals eine Rechnung Stahlwerke München. Weshalb ist also diese Rechnung nicht in der sachlichen und auch nicht in der fachlichen Prüfung gelandet? Die Beantwortung ist folgende. Und zwar konnte DocuWear hier feststellen, dass sich hier eine Bestellung mit den angegebenen Artikeln sowie mit dem gegebenen Richtungsbetrag befindet. Das ist der Grund, warum dieses Dokument auch direkt in der finalen Prüfung gelandet ist. Fassen wir also nochmals zusammen. Gehen wir ganz kurz nochmals zurück zur PowerPoint-Präsentation, wo wir uns nochmals das genauer anschauen wollen und kurz zusammenfassen. Wir sind also den Rechnungsworkflow nochmals durchgegangen. Stellen Sie hier also noch mal wirklich an Sie selbst die Rückfrage, Wie läuft es denn bei mir selbst ab? Haben wir eine Dublettenprüfung? Wie verläuft hier die Freigabe, falls der Verantwortliche vielleicht auch im Homeoffice sitzt und das normalerweise papierbasiert bei Ihnen läuft? Können wir wirklich so viel Zeit aufwenden und können hier vielleicht auch bestimmte Skontofristen nicht eingehalten werden? Hier auch noch mal eine interessante Statistik von Belentis. Hat hier eine Vollkostenrechnung für die Eingangsrechnung verglichen. Einmal papierbasiert versus elektronisch. Das heißt Material, Lagerhaltungskosten, Energieaufwand, Arbeitszeit etc. Wenn man das alles zusammennimmt, kommt man am Ende bei der Papierrechnung auf rund 12 Euro, während eben die elektronische Rechnung gerade mal bei 50 Prozent liegt. Und nicht zu vergessen ist hier, es ist hier nur eine Seite betrachtet, bedeutet Rechnungsempfänger. Rechnen Sie das mal für Ihre Rechnungen auf, also 6 Euro mal die Anzahl Ihrer Eingangsrechnungen auf Papier. Dazu zählen also zusätzlich auch noch mal Ihre E-Mail-Rechnungen, die Sie generieren. Also wir stellen fest, dass dieser Prozess schon eine enorme Optimierung mit sich bringt, wenn das DMS eben stimmt. Und ob das DMS stimmt und ob das DMS in Ihr bestehendes System sogar eingebunden werden kann, genau das wollen wir uns auch nächste Woche nochmals anschauen. In unserem Webinar Webformulare Daten ohne Dokumentenbezug einbeziehen. Das war es soweit von meiner Seite, 9.47 Uhr, heute etwas länger. Ich bin jetzt noch für Sie da und falls Fragen bestehen, ansonsten wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. . . . Und das ist Ich bin jetzt noch für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020